Vorlesernet Klassiker der Weltliteratur Anton Tschechow Der Dicke und der Dünne Auf dem Bahnhof der Nikolai-Bahn trafen sich zwei Freunde, ein Dicker und ein Dünner. Der Dicke hatte soeben auf dem Bahnhofe zu Mittag gespeist und seine fettigen Lippen glänzten wie reife Kirschen. Er roch nach Sherry und Fleur d'Orange. Der Dünne dagegen war eben erst aus dem Waggon gestiegen und mit Koffern, Bündeln und Schachteln beladen. Er roch nach Schinken und Kaffee. Hinter seinem Rücken sah man eine hagere Frau mit langem Kinn, seine Gattin, und einen langen Gymnasiasten mit einem zugekniffenen Auge, seinen Sohn. »Porfiri«, rief der Dicke, als er den Dünnen erblickte, »bist du es, mein Bester? Wie viele Jahre ist's her?« »Mischa«, staunte der Dünne, »Freund meiner Jugend, wo kommst du her?« Die Freunde küßten sich dreimal nach russischer Sitte und blickten sich mit tränenerfüllten Augen an. Beide waren angenehm überrascht. »Mein Lieber«, begann der Dünne nach der Begrüßung, »das hätte ich nicht geglaubt. Ist das eine Überraschung? Na, sieh mich mal ordentlich an! Eben solch ein schwerer Kerl, wie er war, eben solch ein Herzensbrecher und Stutzer. Ach, mein Gott! Nun, wie geht es dir denn? Reich? Verheiratet? Ich bin schon verheiratet, wie du siehst. Das hier ist meine Frau Luise, geborene Wanzenbach, Protestantin, und das ist mein Sohn Nafaneil, Terziane. Das ist der Freund meiner Jugend. Nafania waren mal zusammen im Gymnasium.« Nafaneil dachte ein wenig nach und zog die Mütze. »Waren zusammen im Gymnasium«, fuhr der Dünne fort. »Erinnerst du dich noch, wie dein Spitzname war? Du hießt Herostrad, weil du in ein Zensurbuch mit der Zigarette ein Loch gebrannt hattest, und ich hieß Ephialtes, weil ich zu klatschen liebte. Wir waren Kinder. Fürchte dich nicht, Nafania, komm zu ihm näher heran. Das ist meine Frau, geborene Wanzenbach, Protestantisch.« Nafaneil dachte ein wenig nach und versteckte sich hinter dem Rücken des Vaters. »Nun, was machst denn du, Freund?« fragte der Dicke, den Freund voll entzücken anblickend. »Bist du im Staatsdienst? Hast's weit gebracht?« »Jawohl, ich diene, mein Lieber, bin schon das zweite Jahr Kollegienassessor und habe den Stanislaus. Das Gehalt ist zwar schlecht, aber was ist da zu machen? Meine Frau gibt Musikunterricht und ich fertige privat dem Zigaretten-Etuis aus Holz an. Vorzügliche Etuis. Zum Rubel das Stück verkaufe ich sie. Wenn jemand zehn Stück und mehr nimmt, bekommt er natürlich Rabatt. Man schlägt sich also irgendwie durch. Zuerst war ich im Departement selbst angestellt und jetzt bin ich hierher in dasselbe Ressort als Tischvorsteher versetzt. Werde jetzt also hierbleiben nun. Und du? Bist wohl schon Staatsrat, hä?« »Nein, mein Lieber, kannst noch was zugeben«, sagte der Dicke, »ich bin schon beim Geheimrat angelangt. Habe zwei Orden erster Klasse.« Der Dünne wurde plötzlich ganz blass und wie versteinert. Aber bald verzog sich sein ganzes Gesicht zu einem breiten Lächeln. Es schien, als sprühten sein Gesicht und seine Augen Funken. Er selbst zog sich ein, knickte zusammen, machte sich klein. Seine Kofferbündel und Schachteln wurden klein und schrumpften zusammen. Das lange Kinn seiner Frau wurde noch länger. Naffanai stand stramm und knöpfte alle Knöpfe seiner Uniform zu. »Ich, Exzellenz, sehr angenehm. Ich darf wohl sagen, ein Freund meiner Jugend gewesen und jetzt solch ein Würdenträger geworden.« »Na, lass doch«, sagte der Dicke mit einer Grimasse. »Wozu dieser Ton? Wir sind Jugendfreunde. Wozu also dieses Untergebenen markieren?« »Ich bitte Sie, gestatten Sie«, lächelte der Dünne noch kleiner werdend. »Die hohe Gunst seiner Exzellenz ist wie der Tau, der das hier Exzellenz ist, mein Sohn Naffanai, meine Frau Luise, Protestantin gewissermaßen.« Der Dicke wollte irgendetwas entgegnen, aber auf dem Gesicht des Dünnen malte sich so viel Ehrfurcht, Süßigkeit und ehrerbietiges Entzücken, dass es dem Geheimrat übel wurde. Er kehrte sich von dem Dünnen ab und reichte ihm zum Abschied die Hand. Der Dünne drückte ihm drei Finger, verbeugte sich mit dem ganzen Körper und lachte wie ein Chinese. Seine Frau lächelte. Naffanai machte einen Kratzfuß und ließ dabei die Mütze fallen. Alle drei waren angenehm überrascht. Vorleser Nett. Leidenschaft Literatur.